Umfallen in Prag, aufwachen in Shanghai. Aber meistens mit weniger AUX, nicht mit mehr. Was genau unterscheidet diese AUX von meinen anderen? Sie sehen experimentell aus. Überall lose Drähte, Mann. Als wären sie zur Hälfte ungetestet, unfertig, unglaublich. Es ist... es ist wunderschön. Ja, das ist es. Warum sollte Serif das Zeug in mir verstecken? Ich begreif's nicht. Ich bin nicht sicher, dass das Serif war. Die Tech ist erstklassig, aber die Padded-Isolierung ist schlampig, der Knochenrahmen auf die Schnelle montiert. Es fehlt der Serif-Touch. Sieht eher aus wie ein Umbau. Was Aktuelleres? Hm, was... was denken Sie? Ich denke, ich hasse es, bewusst auszusein. Sie sagen, die Dinge sind aktueller wie aktuell. Innerhalb der letzten zwei Jahre. Ungefähr. Ist Ihnen in der Zeit was zugestoßen? Ich wurde aus dem Meer gefischt und zur Erholung in eine Anlage in Alaska gestellt. Wir sind ein paar Monate, also... Je mehr ich mich zu erinnern versuche, desto verschwommener wird alles. Scheiße, Jensen! Das ist erschreckend! Diese Aktion hat länger gedauert als erwartet. Sind wir fertig? Ja. Hier. Nehmen Sie ein paar Praxiskits für den Notfall. Praxis löst jedes Problem und macht glücklich! Und vergessen Sie nicht, was ich über Ihre Energieverwaltung gesagt habe. Das wird ein Balanceakt. Nun, außer... Außer was, Koller? Man könnte das vielleicht optimieren. Aber... Dafür brauche ich etwas von OTA. Einen Neuroplastizitäts-Kalibrator. Wenn es für mich einen Weg gibt, alles was ich habe, ohne Kompromiss zu nutzen, dann will ich ihn wissen. Ich habe gehofft, dass Sie das sagen. Ich bestelle meine ganze Tech aus einem illegalen Katalog. Aber meine letzte Lieferung wurde abgefangen. Von OTA Botkuveli. Derselbe OTA, dessen Männer draußen Bücher gesucht haben? Ich zwinge Sie zu nichts. Sie müssen es selber wollen. Sie müssen ein augmentierter Gott werden wollen. Falls das für Sie interessant klingt, sollten Sie wissen, dass OTA im Sisti-Viertel ein illegales Casino betreibt. Der Eingang ist in einem kleinen Hof, neben der Levani-Straße. Danke für die Info, Koller. Und danke für die Praxis. So. Neue Praxis. Heißt also, elf Praxis habe ich verfügbar. Ich kann ja erst mal aussuchen, was funktionieren soll. Ähm. Guck mal in der Able 1944. Ähm. Zehnter Otten machen mehr Kraft. Ja, die werden wir auf jeden Fall... Gelb ist wahrscheinlich schon ausgewählt, ne? Ja. Ich kann mein Inventar vergrößern. Das machen wir mit dem ersten schon mal. Wand durchschlagen auch. Dann Ikaros auf jeden Fall. Tesla, Ikaros, Sprint. Boah, Taifun ist schon geil, ne? Titan könnten wir einmal auswählen. Dann einmal das Reno. Äh, andere Personen, die Körper nicht lassen bringen werden. Reaktionsschneller. Ja, Reaktionsschneller möchte ich auch gern werden. Jetzt habe ich noch einen übrig. Sozialoptimierer. Das ist wiederum. Analyse den Geister so schön anvisierte Einzelpersonen. Kein Energieverbrauch. Herforderliche Praxis 2. Schade. Was haben wir denn noch? Gesundheitssystem Sentinel. Kostet mich eine Praxis erhöht die Gesundheitsregeneration pro Sekunde? Oder reduziert die Verzüngung zwischen Verletzungen und Gesundheitsgeneration? Ich hätte schon ein bisschen mehr gerne mehr Leben. Kostet mich zwei. Kostet mich zwei. Kostet mich auch zwei, verdammt. Ich habe noch einen blöden Punkt. Dann werde ich mir noch ein bisschen mehr Demsenecke geben. So, zack. Fangen wir doch mal einfach etwas in kleinen Schritten an. Haus für Charo seit meiner letzten Besitzung sind von uns nicht mehr total. Du willst ja etwas dagegen tun. Radic. Ich warte dich heute mit der Armfrage nach Miros Lava. Es bringt dich zu mir. Ich weiß, ich weiß, ich wusste nicht, was ich zu uns machen sollte. Aber der arme Kerl wurde von Bilzern gemietet. Und ich wollte nicht, dass das Zeug in der... Also warten kann man so lange, als sie hätten es doch gewollt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie ich es. Ich weiß, dass ich es so lange nicht verabschiede, wenn ich es so lange nicht verabschiede. Ich weiß, wir schauen, was ich nicht nöpe. Man, Sie wissen, ich mag Sie, Jensen, aber wir haben beide zu tun. Was brauchen Sie? Äh, nix. Mehr brauche ich im Moment nicht, Doc. Ja, ja, okay. Und hey, viel Glück mit dem Scheiß. Grillen Sie sich nicht selbst, okay? Okay. Ein unterirdischer Ausgang. Sehr nett. Das Tone nehmen wir mit, die brauchst du nicht mehr. Ich habe noch gar nichts geguckt, Dave. Ich werde ja noch nicht mehr. Ich werde ja noch nicht mehr. Okay. Aber ich werde ja noch nicht mehr. Sag mal war. So, ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier erstmal beenden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.